Hallo, mein Name ist Prof. Fahad Zafesi vom ELSA-Institut in der Schweiz. Lassen Sie mich anhand dieses Videos zeigen, wie ich meinen Patienten den Keratokonus erkläre. Das ist die Hornhaut des Menschen, diese äußere Grenzschicht. Und die Hornhaut sollte ihre Form von der Geburt bis zum Tod nie verändern. Was sich verändern kann, ist die Größe des Augapfels während des Wachstums. In der Jugend kann der Augapfel zu groß werden, dann ist man kurzsichtig. Er kann zu klein bleiben, dann ist man weitsichtig. Aber diese Form hier muss immer die gleiche bleiben. Und die können wir heutzutage sehr präzise messen. Wenn wir uns diese Form anschauen, mit einer Hornhautstopographie gemessen, dann sieht eine perfekte, gesunde Hornhaut in 3D so aus, wie die Oberfläche eines Balles. Wenn wir das in 2D darstellen, dann haben wir überall die gleichen Brechtkraftverhältnisse. Alles völlig regelmäßig. Wenn jetzt die Patienten mir sagen, aber ich habe eine Hornhautverkrümmung. Eine gesunde, regelmäßige Hornhautverkrümmung sieht so aus. Man sieht die Oberfläche der Hornhaut eben nicht aus wie ein Ball, sondern wie ein Ei oder ein American Football. Und in 2D haben wir dann diese Sanduhr. Das Ganze ist aber völlig symmetrisch. Oben und unten, temporal und nasa. Und alles, was symmetrisch ist, kann mit einer Brille bis auf 100% korrigiert werden. Diese Hornhäute sehen also 100% mit der richtigen Korrektur. Ganz anders beim Keratokonus. Beim Keratokonus verliert die Hornhaut eben ihre Form. Und sie wölbt sich krankhaft nach vorne, wird hier vorne immer dünner und kann sogar einreißen. Die Topografie sieht dann dementsprechend völlig anders aus und da ist nichts mehr symmetrisch. Und wo eben keine Symmetrie ist, in 3D und hier in 2D, wo keine Symmetrie herrscht, kann die Brille auch unmöglich helfen. Ein solcher Patient würde typischerweise nur noch 20 oder 30% mit dem besten Brillenglas sehen. Das Einzige, was hier helfen kann, ist eine Speziallinse, die sich den Konturen dieser unregelmäßigen Hornhaut besser anpassen kann. Der Seheindruck des Keratokonus-Patienten ist hier simuliert in der Frühphase und in der Spätphase der Erkrankung. Das sind die Erkrankung.